66 Tage noch bis Silvester 2017, 2018, wieder im Pyrogarten, habe ich hier eine Juniortüte selber zusammengestellt, ein paar Klasse 1 Artikel, ein paar Lufthäuler, viel Spaß dann bei der Zündung und hier alte Metroiten von Veko, mit denen fangen wir auch an. Metroiten von Veko, Aufschlag, viel Spaß! So, Knatterlein von Leslie, Klasse 1, F1, die sind richtig heftig, ein Crackling Vergleich, das war ja alt und das ist neu, auch Aufschlag, viel Spaß dabei! Knatterlein von Leslie, Aufschlag! So, 3 Mini Schuko und eine Zauberflöte auf Schlag, viel Spaß, 66 Tage noch bis Silvester 2017, 2018! 10! 10! 10! 11! 11! 11! 13! 12! 11! 23! 48! 24! 25! 24! Ich kann es gar nicht reingucken. So jetzt kommt noch die Kopi-Matte, so jetzt kommen drei feistel Luftpfeifer, Palmenprock-Typ-Pyrotechnik in Göllheim und danach kommen gleich die Kobold-Bombetten, Kobalt-Bombetten-Aufschlag. Viel Spaß dabei! Feistel Luftpfeifer, 66 Tage! Geil! Die vier Kobalt-Bombetten-Aufschlag, 66 Tage noch bis zum Wester 2017, 2018 und zum Abschluss kommen die Überraschungs-Vulkane-Aufschlag. Viel Spaß! Zwei Ü-Vulkane von Veko, die alten noch. Viel Spaß! Zwei Übel Zwei Übel Traumhaft.